Oh mein Gott, Leute, schaut mal, Leontien hat ihren richtig krassen Greifautomat mit richtig viel Geld drin, 500er, 100er, 200er, alles mögliche. Leontien, du hast jetzt genau einen Versuch, ja, gleich einmal das Geld rauszuholen, du hast einen Versuch, dafür Zeit. Und Leute, lasst jetzt gerne schon mal ein kostenloses Abo da und schreibt in die Kommentare, meint ihr, ihr schafft es, ja oder nein. Let's go. So Leute, let's go, es geht los. Leontien, auf welchen Schein gehst du? Ich geh, glaub ich, auf den 500er. Oha, er wird das richtige Geld. Komm, das schaffst du. Total motiviert. Und, er greift. Was? Welchen hast du? Trainer, oder? Oha. Let's go. Oh mein Gott, wie viel Geld hat er? Zeig mir das. Und es sind? 50. 50 Euro, zeig mal. Alter, 50 Euro, die dir gehören. Let's go.